hallo und herzlich willkommen meine damen und herren hier mache ich gerade eine erste doku vom spiel ja machen wir mal hier ist teppel laut und los geht's hier muss man die ziele schaffen man hat eine begrenzte anzahl an zügen und möglichst drei sterne muss man schaffen ja da oben ist schon alles abgeräumt noch nicht ganz jetzt wird es ein bisschen kompliziert ja 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 wir haben noch 22 züge und 5 diese barriere da was noch nicht geschafft kann doch nicht wahr sein oder aber jetzt habe ich es geschafft drei sterne jetzt bin ich bei level 54 werbung weg das ist meine mission und das spare ich mir noch das das level auf geht's wenn in sachen gewitter zurzeit nichts los ist meine damen und herren muss ich euch damit das unterhalten ist aber auch nicht schlimm ich muss gerne das ist ja das ist 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 wir haben immer noch 30 züge und diese ziele hier da unten sind zwei mäuse ok ok jetzt habe ich einen fehler gemacht meine damen und herren gescheiten fehler hoffentlich bereue ich jetzt den nicht das wird aber jetzt zum problem denn jetzt wird es zum problem da unten ist auch noch eine maus ich muss diese barriere weg machen ja gut das kann nicht wahr sein noch acht züge ich habe nicht einmal einen stern man Tja, aber wie gesagt, ich werde keine Münzen kaufen, auch nicht das hier. Wir wiederholen es einfach. Gehen wir auf Freebooster. Schauen wir uns mal eine Werbung an. Schauen wir uns mal. Schauen wir uns mal, aber das mal schaffen wir es, Leute. Mist. Kann doch nicht wahr sein, oder? Cool, hat sich auch was getan. Ja, sehr schön. Wir haben immer noch diese fünf Mäuse da, ne? Einer ist schon weg. Delicious. Geschafft, Leute. Schaut, bloß noch eins. 22 Züge. Und zack. Schaut, bloß noch eins. Die Hitze und die Britte wie man insgesamt so lange abwächtigt wurde. In einer anderen Seite, in der Bergwuchertweck, in der Südde vonЧer und Berlin, in der Stadt der Stadt der Stadt der Stadt der Stadt. Wir haben immer noch die Stadt gemessen. In der Stadt 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 der Stadt. Es sind sehr gut, dass die 70er Lande anruft und an alle Liedsa. Aber die Stadt der 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 Stadt. So, Level 55, meine Damen und Herren. Schaut mal. Gleich. Ich habe schon 265 Münzen, 162 Sterne. Das kann ich mir kaufen, wenn ich will, aber mache ich nicht. Ich habe bis jetzt schon überall drei Sterne. Überall. Da schaut, überall drei Sterne. Von Level 1 bis jetzt. Überall drei Sterne. Ja, nächste Welt. Genau, jetzt bin ich bei 55. Ziel. Das, was jetzt schwerer wird, ist schon klar, meine Damen und Herren. Oha. Mist, was ist das hier? Oh, da muss ich das Ding... Okay. Schaut mal, das hier. Und das hier. Das ist noch eine neue. Das muss ich umwandeln, okay? In eine Superfrucht. Das ist noch eine neue. Ja. LOL. Spielen kann so Spaß machen, meine Damen und Herren. Das glaubt ihr gar nicht. Und dieses Spiel heißt Fruitmania. Delicious. Tasty. Aber das wird jetzt zum Problem, weil ich muss da rein. Also muss ich eine Superfrucht bilden. Ähm... Tasty. Okay. Mist. Immer der falsche Ort. Kann doch nicht wahr sein, oder? Delicious. Dann probieren wir das nochmal aus. 23 Züge haben wir noch. Okay. Dann muss man... Ja, hilft nix. Das bringt mir gar nichts. Aber jetzt. Geschafft. Jawohl. Das Spiel heißt... Dieses Spiel heißt... Fruitmania. FUTMANIA. 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 Das wird ein Problem, weil ich muss das... Oh, die Level werden immer fieser. Aber das ist ja das, was ich an diesem Spiel so mag. Herausforderung. So, Leute, jetzt muss ich schauen. Ja. So, jetzt muss bloß noch der eine Ball dahin. So, jetzt habe ich drei verschiedene Sterne. Aber wie mache ich das jetzt, Leute? Das ist jetzt schwierig. Na gut, versuchen wir mal. So, jetzt brauche ich da oben einen Superbonus. Eine Superfrucht muss ich da bilden, dass es direkt da noch unten geht. Ja, toll. Das ist die falsche Seite, Leute. Tja. Jetzt habe ich die richtige Seite, aber ich brauche hier eine Superfrucht. wieder drei Sterne, Leute. Sehr schön. Level 57, okay. Oha. Okay. 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 Na gut, es wird jetzt schwierig, Leute. Ja, 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 ja. Jetzt werden die Levels echt schwer. Ich hätte es anders da erwartet. Jawohl. Gut, da unten ist schon mal alles weg. Gut. Jetzt haben wir da oben noch dieses Problem. Jetzt haben wir da noch eine Barriere. Der ist auch weg. Aber da unten haben wir noch eine Barriere-Dart. Der muss auch beseitigt werden. Das ist... Ach, Mann. Jawohl. Jetzt da oben. So. Ja. 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 Ja, Level 58. Gut, ich habe erst mit dem Spiel angefangen, meine Damen und Herren. Oh, jetzt kommt schon wieder diese Nummer. Das hier. Oh, okay. Das habe ich mittlerweile schon raus. Oh, okay. Okay. Aber das Problem ist, wie reagiere ich jetzt drauf? Da warte ich noch mit dem Stern. Gib her. Ja. Hoffentlich bereue ich jetzt diesen Fehler nicht. Könnte zum Problem werden, das Level wieder, ja? Aber wir warten mal. Wir haben immer noch 21 Züge. Es ist noch alles drin. Jawohl. War knapp. Ich versuche, ohne Kauf durchs Spiel zu kommen. Und die Items aufzuheben. Da hat man auch drei Items, schau. Da hat man drei, drei, drei. Und wenn die auf Null sind, kostet das alles ein Geld. Wenn man ausreichend Münzen zur Verfügung hat. Wenn nicht, muss man sich Münzen für echtes Geld erwerben. Da habe ich auch keine Lust drauf. So, jetzt haben wir wieder ein Ziel. Test. Und 41 Zügen. Mist, jetzt habe ich wieder diesen Fehler gemacht. Ich, oh. Kann ja nicht wahr sein, oder? Das ist hier eine Barriere, Leute. Aber da muss sich anscheinend einer einsetzen. Weil diese Barriere kriege ich da nicht weg. Hier. Delicious. Es ist ein Spiel, was fies ist. Kann man so quasi sagen, die Levels werden jetzt fies. Weil diese Barriere kriege ich ja auch nicht weg. Wir haben noch 17 Züge. Wir haben noch 17 Züge. Wir verlieren dieses Level, meine Damen und Herren. Naja. Nur ein Spiel. Ja. Ja. Schauen wir mal, ob es beim zweiten Mal, gehen wir nochmal auf Freebooster, schauen wir uns nochmal eine Werbung an. Gut, probieren wir es nochmal Leute, jetzt habe ich hier wieder diese Barriere, die gleiche wie vorhin. Na gut Leute, wir brauchen glaube ich ein Item, ich komme so nicht weiter, oder doch? Ja! Was? Was? Aha, okay, jetzt muss ich das noch da noch unten befördern, okay. Das wird jetzt glaube ich, denke ich, kein Problem sein. Einmal weg, zack, jetzt kommt diese Ente, Ente, ja, geschafft, zack, war knapp meine Damen und Herren. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen meine Damen und Herren. Wir haben mittlerweile Level 60 erreicht und wie es nächstes Mal weitergeht, erfahrt ihr dann bei Teil Nummer 2, wie weit ich dann weitergekommen bin bei dem Spiel. Jetzt haben wir Level 60 erreicht und beim nächsten Teil machen wir dann eine zweite Doku draus. Und also macht es gut, bis zum nächsten Mal und gute Unterhaltung bei Let's Play Fruitsmania. Ja! Ja!